Das Familienunternehmen Ensinger aus Karm ist ihr Partner, wenn es um Hochleistungskunststoffe geht. Ganz neu Insulbar Reli, ideal für grünes Bauen. Insulbar Reli vereint die hervorragende Ökobilanz eines Recyclingmaterials mit der höheren Dämmwirkung von geschäumten Polyamid 66. Der Vorteil, eine zweifache Einsparung von Emissionen des klimaschädlichen CO2 bei der Herstellung und während der Nutzungsdauer für umweltfreundliches grünes Bauen und Gebäudezertifizierungen. Hergestellt wird Insulbar Reli aus 100% sortenreinem Recycling Polyamid. Durch den Einsatz von rezykliertem Material entstehen in der Herstellerphase 91% weniger Treibhausgase, außerdem werden 92% weniger fossile Ressourcen verbraucht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017